Mehr als 15 Monate Krieg in der Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen wieder an mit Russland, denn auch heute Nacht hat die Ukraine dort Ziele angegriffen, strategische Ziele der russischen Armee und der russischen kritischen Infrastruktur. Und wir schauen uns die Aufnahmen einfach mal an aus der Stadt Afipski. In Afipski gibt es eine Öl-Raffinerie, die dort seit 1964 bereits Öl umwandelt in verschiedene Produkte, beispielsweise Kerosin und Benzin und Diesel. Und diese Raffinerie wurde heute Nacht getroffen und dort hat es ein großes Feuer gegeben. Der Gouverneur der Region Krasnodar, da liegt das nämlich, hat bestätigt mittlerweile, dass es sich um einen ukrainischen Drohnenangriff gehandelt hat, einen weiteren also, also kein Unfall. Und die Ukraine sagt ganz klar, sie hat hier einen Zweck und zwar einen strategischen Zweck. Sie bereitet ihre Offensive vor, das sagt sie. Und zwar in Krasnodar, in dem eben diese Raffinerie und andere Raffinerien in den letzten Tagen auch immer wieder angegriffen wurden. In dieser Region, wir wissen, wir sind hier nördlich des Kaukasus, eine eher sehr ölreichen Region, wo Russland große Reserven hat. Und ein Ziel ist offenbar, Russland seine Öl-Reserven auch abzuschneiden. Nicht unbedingt in Richtung Hauptstadt, aber zumindest in Richtung besetzter Ukraine. Denn dort braucht man eben dieses Benzin, diesen Diesel und so weiter für die Panzer, für die gepanzerten Fahrzeuge, für die LKW und so weiter, die dort sich bewegen müssen. Und das ist ein wichtiger Grund, sagt die Ukraine jedenfalls selber. Ukrainer Experten haben das heute Morgen gesagt, weshalb man als Vorbereitung auf die große Gegenoffensive dort eben in Russland zuschlägt. Wir schauen uns das Ganze mal auf der Karte an, um zu sehen, wo wir uns dort befinden. Was uns dann auch einen Anhaltspunkt darüber gibt, welche Waffen dort erneut eingesetzt wurden. Afipski, wie gesagt, in der Nähe von Krasnodar, hier unten. Das ist relativ weit im Süden Russlands oder im Südwesten Russlands. Und wenn wir uns mal die Distanzen ansehen, dann haben wir von da aus über 200 Kilometer Entfernung bis zur besetzten Ukraine. Und weitere 100 Kilometer Entfernung bis dorthin, wo die Waffe abgeschossen worden sein kann, die Afipski getroffen hat letzte Nacht. Und das heißt, wir haben es wiederum mit einer Drohne zu tun, mit mindestens 300, wahrscheinlich eher 400 Kilometer Reichweite, die eben diesen Weg zurückgelegt hat. Und das haben wir in den letzten Tagen ja immer wieder gesehen, dass russische Städte bis Moskau hin tief in Russland getroffen wurden, weit von der Ukraine entfernt. Die Ukraine macht das weiterhin, trifft also Russland im Kern. Und ein Nebeneffekt ist wohl auch, dass man die russische Wirtschaft damit sehr schwächt. Denn von Afipski aus wird das Öl raffineriert, was danach über Novorossiysk, über einen Hafen dort ganz in der Nähe, in Richtung Türkei geht. Das heißt, man schadet ja auch der russischen Wirtschaft, man schadet eben den Exporten Russlands. Und somit ist das gleich eine mehrfache Wirkung, die man erzielt, wenn man eben diese kritische Infrastruktur im Süden Russlands angreift, so weit weg von der Ukraine. Wir haben gesprochen von Gegenoffensive, auch innerhalb der Ukraine wird diese Gegenoffensive vorbereitet. Und wir schauen noch einmal auf die kleine Stadt, Stadt Jurivka. Die befindet sich etwa hier, einige Kilometer westlich von Mariupol im besetzten Gebiet. Und dort gab es eben vor zwei Tagen bereits diesen wirklich großen Angriff. Da gibt es jetzt neue Aufnahmen davon. Wir sehen nochmal, hier gab es eine starke, mehrere starke Explosionen, mindestens drei oder vier nacheinander. Und dort wurde wohl der sogenannte Storm Shadow Marschflugkörper eingesetzt, den also die Ukraine bekommen hat vor wenigen Tagen. Hier sehen wir eine weitere Explosion von Großbritannien. Der hat 250 Kilometer Reichweite, manche sagen sogar 300 Kilometer Reichweite. Und wir sehen jetzt hier immer mehr Material, was eben aus diesem Ort, aus Jurivka eben veröffentlicht wurde. Was uns zeigt, wie extrem dort diese Explosionen waren. Und wir wissen mittlerweile auch, was das Ziel dieser Angriffe war. Das sehen wir jetzt gleich auch auf einigen Aufnahmen. Das Ziel war wohl das russische Kontrollzentrum in dieser Region. Und die Russen waren da nicht besonders kreativ. Die haben nämlich einfach das Kontrollzentrum oder die Basis genommen von Regiment Azov. Einem Teil der ukrainischen Nationalgarde, der dort vorher stationiert war, der dort eine große Militärbaracke hatte. Und diese wurde von den russischen Invasoren und Besatzern einfach besetzt und einfach übernommen. Und man hat gesagt, wunderbar, militärische Infrastruktur, da gehen wir rein. Das war natürlich dann ein einfaches Ziel für die Ukraine. Wir sehen jetzt gleich am Ende einige Fotos davon, von diesen Militärbaracken, wie sie danach aussahen, nämlich völlig zerstört. Wir warten jetzt mal ganz kurz. Das ist das erste Foto. Das war also ein relativ hohes Gebäude, sechs, sieben Stockwerke, was von mehreren Marschflugkörpern getroffen wurde. Und wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns noch ein weiteres Foto davon an. Wir sehen da vorher Krankenwagen stehen. Wir sehen jetzt auch Feuerwehren da stehen. Dieses Gebäude wurde durch mehrere Marschflugkörper völlig zerstört. Und die Ukrainer sagen, hier gab es 100, bis zu 100 tote Russen. Das ist nicht bestätigt. Aber wir können davon ausgehen, dass wenn dieses Gebäude tatsächlich genutzt wurde von der Invasionsarmee als Hauptquartier in der Region, und dafür sprechen auch die Feuerwehren und sprechen auch die Krankenwagen, die da vorstehen, dann hat es hier wahrscheinlich zahlreiche Opfer gegeben. Unter Umständen, und das ist ja, was der Ukraine wichtig ist, auch Offiziere, auch die Führungsebene der russischen Besatzungsarmee, die man eben treffen möchte, bevor man dann in dieser Region eben den Vormarsch beginnt. Das also die Situation zur Vorbereitung der Gegenoffensive. Wir wollen uns aber auch weitere Dinge ansehen. Und zwar dürfen wir nicht vergessen, dass auch die ukrainischen Verteidiger weiterhin in der Verteidigung gegen die russischen Angriffe jede Nacht, fast jede Nacht, ja, geradezu übermenschliches leisten, nämlich diese Drohnen abzuschießen. Diese Schahid-136 Drohnen, von denen Russland ganz offenbar mehrere Tausend gekauft hat. Und heute Nacht gab es zum ersten Mal keine Angriffe. Interessanterweise nach den Angriffen auf Moskau die letzten drei Nächte jede Nacht mindestens 30, 40, 50 Schahid-136, die eben auf Kiew und andere Regionen abgeschossen wurden. Und hier sehen wir mal, wie die abgewährt werden. Hier sehen wir, dass mitten in der Nacht kleine ukrainische Einheiten dastehen. Mit hier einer Igla, mit einer SA-18, einer schultergestützten Flugabwehrrakete. Man sieht, man hört diese Drohnen ankommen. Die heißen, die haben einen Spitznamen Mopels, weil sie so laut sind und auch relativ langsam sind. Und da versucht man, die dann nachts zu treffen. Wir sehen jetzt hier, wie der Soldat quasi noch seine Rakete anfeuert. Das ist also eine Art von Teams, die hier in der Nacht unterwegs sind, um die abzufangen. Wir sehen uns aber noch eine zweite an. Und die kommen wahrscheinlich auch einigen in Deutschland auch wesentlich bekannter vor. Das ist nämlich der Flugabwehrpanzer Gepard. Und da sehen wir ihn, das hier mal zur Show, um zu zeigen. Der ist natürlich auch gut versteckt in einem Wald, südlich von Kiew fließt wahrscheinlich. Und wartet dort auf die Schahid-136. Und jetzt sehen wir mal, und das ist ganz interessant, hier haben die Ukrainer raufgemalt, so wie man es vielleicht auch aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, von den amerikanischen Bombern, was sie alles schon abgeschossen haben, was sie alles zerstört haben. Und wir sehen, dieser Flakpanzer Gepard hat nach eigenen Angaben 1, 2, 3, 4 Schahid-136 abgeschossen und hier unten zwei Marschflugkörper vom Typ Kalib oder andere. So also die Ukrainer, die natürlich auch stolz darauf sind, dass sie ihre Städte jede Nacht davor bewahren und beschützen, eben weiterhin von diesen iranischen Terrordrohnen angegriffen zu werden. Wie gesagt, das ist die Situation. Wir sehen ganz verschiedene Flugabwehrgeräte, eben die Schultergeschützten, wie die Gepard-Panzer, dort sind mittlerweile über 30 im Einsatz, aber natürlich auch sehr moderne Systeme wie Patriot oder Iris-T, die ebenfalls natürlich dann im Einsatz sind, aber eher dafür gemacht sind, ballistische Raketen und andere Raketen abzufangen, nicht diese kleinen Drohnen, die tatsächlich ja nur zwei Meter etwa lang sind. Als allerletztes schauen wir uns nochmal an, was gerade für Kampfgeschehen auch weiterhin vor sich geht im Osten der Ukraine, nämlich hier südlich von Bachmut, dort zwischen den kleinen Dörfern Iwanivska auf der einen Seite und Kleschivka auf der anderen Seite, gibt es kleine ukrainische Offensiven, die weitergehen. Hier übrigens ein ganz spannendes Bild. Hier sehen wir einen Panzer, der offenbar von etwas getroffen wurde, einen ukrainischen Panzer, der brennt also hier vorne, schießt aber weiter. Scheint also nur ein leichter Treffer gewesen zu sein. Und dort gibt es wirklich Sturmattacken auf die Russen, die sich dort verstecken, auf die Russen, die dort die Position halten. Ganz wichtig, das sind kleine Attacken, da haben wir es jeweils vielleicht mit 20, 30 Mann auf ukrainischer Seite gegen 20, 30 Mann auf russischer Seite zu tun. Aber wir sehen, wie brutal die geführt werden, wie nah man da rangeht. Hier werden also dann die ukrainischen Spezialeinheiten herausgelassen aus einem, ich schaue mal, das sollte ein M113 sein. Und hier vorne steht ein BMP-1, ebenfalls der ukrainischen Armee, und schießt eben direkt dort rein in die Büsche, wo man die Russen vermutet. Und wo dann die Spezialeinheiten, hier sehen wir es, mit Panzerfäusten, mit Maschinengewehren, direkt reingehen und dort auf wenige Meter Entfernung die russischen Positionen bekämpfen. So also diese wirklich, ja man muss es sagen, Mann gegen Mann, brutalen Kämpfe im Osten des Landes, wo dann das Überleben natürlich dann eine Frage der Taktik ist auf jeden Fall. Wir haben die ukrainischen Panzerfahrzeuge, die sehr, sehr nah ranfahren, und die auch immer mithelfen beim Schießen. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Frage der Versorgung. Wir sehen also jetzt hier, wie die Russen wegrennen. Diese Position hier wurde von den Ukrainern erobert. Jetzt die Russen rennen weg, rennen zum nächsten Graben zurück, der von ihnen gehalten wird. Und die Ukrainer versuchen hier südlich von Bachmut, wie gesagt, ja, eine Art von Mini-Offensive zu fahren, vorzudringen. Auf jeden Fall den Russen es einfach unmöglich zu machen, westlich von Bachmut weiter vorzudringen. Und dazu ist es eben, ja, weiterhin, hier sehen wir auch verletzte Russen, die jetzt hier liegen und darauf warten, hoffentlich für sie evakuiert zu werden. So als die Situation bei Bachmut. Am Ende sehen wir hier auch ganz interessant, wie die ukrainischen Spezialkräfte wieder abgeholt werden. Das heißt, die bleiben nicht da, sondern ihre Aufgabe war es, diesen russischen Graben auszuschalten und die Russen da drin zu vertreiben. Unter Umständen besetzen dann andere ukrainische Soldaten, die nicht diese Stromtruppen sind, nicht diese Spezialinheiten sind, die Position. Auf jeden Fall diese Ukrainer, wir sehen es, ziehen sich jetzt hier sicher zurück und gehen eben in ihre Fahrzeuge zurück. Das heißt, wir sehen es auf der einen Seite, die Vorbereitung der Großoffensive, die so Senator Lindsey Graham, der vor kurzem erst da war in Kiew, in den nächsten Tagen startet. Das sind seine Worte, in den nächsten Tagen. Auf der anderen Seite eben diese Scharmützel, die auch jeden Tag natürlich weitergehen im Osten des Landes, zwischen ukrainischen Verteidigern und russischen Besatzern. Wurden Sie abgezockt oder reingelegt? Das ist also eine Verzehnfachung. Das kann nicht wahr sein. Jetzt melden. Unsere Reporter kümmern sich um ihren Fall. Vielen, vielen Dank. Bild kämpft für Sie.